Smirre dachte über Akkas Worte nach und fand, dass sie eigentlich recht hatte. Akka, wenn du mir diesen vermaledeiten Däumling, der mich so oft hereingelegt hat, jetzt herunterwirfst, verspreche ich, mit dir für immer Frieden zu schließen und nie wieder eine von euch zu verfolgen. Den Däumling kann ich dir nicht geben. Von der Jüngsten bis zur Ältesten würde eine Jede gern ihr Leben für ihn opfern. Wenn ihr ihn so sehr liebt, dann wird er der Erste sein, an dem ich furchtbare Rache nehmen werde. Das verspreche ich euch. Akka gab darauf keine Antwort. Und nachdem Smirre noch eine Weile geheult und geflucht hatte, wurde es ganz still. Der Junge aber fand in dieser Nacht keinen Schlaf. Akkas Worte hatten ihn überglücklich gemacht. Aber gleichzeitig ängstigte ihn Smirres Drohung und er wünschte sich, endlich wieder ein Mensch zu sein. Die Wildgänse waren auf eine Schäreninsel hinausgeflogen, um dort zu weiden, als sie unterwegs auf eine Schar Graugänse trafen. Diese wunderten sich, dass die Wildgänse nicht durch das Landesinnere nach Norden flogen, wie sie es sonst immer zu tun pflegten. Die Wildgänse erzählten ihnen von ihrer Verfolgung durch Smirre und davon, was er ihnen schon alles angetan hatte. Da sagte eine Graugans, die etwa in Akkas Alter war. Wenn das so ist, so wird er bestimmt versuchen, euch bis nach Lappland zu folgen. An eurer Stelle würde ich über Öland reisen, damit er die Spur verliert. Um ihn vollends zu verwirren, solltet ihr ein paar Tage auf der Insel bleiben. Im Süden Ölands gibt es genug Nahrung und gute Gesellschaft. Das war ein guter Rat und die Wildgänse beschlossen, sogleich nach Öland hinüber zu fliegen.